Hier Rangel. Oh, was ist denn das für ein Punkt? Wo sind wir denn? Zaki. Okay. Zaki haben die echt zum Spawnpunkt gemacht. Okay, naja gut, hier oben geht das gut wie niemand hin. Vielleicht sehen die Menschen den Zaki wenigstens mal. Boah. Immer noch angespannt, gerade von eben. Puh. Gott sei Dank haben wir ihn früher gesehen. Das ist gerade im Endkampf wichtig. Dass man den Gegner zuerst sieht und weiß, wo er ist. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass man gewinnt, deutlich größer. Geil. So. Freue Runde, neues Glück. Kann nicht besser werden, auf jeden Fall. Ne. Wird eher schlechter werden ab jetzt. Spot, ja natürlich. Im Spotenden Dinner wäre er heute auch nochmal schön. Nachher mit dem Failer und meiner besseren Hälfte. Mundi macht gerade, keine Ahnung. Sie spielt glaube ich nur irgendwas und stößt dann zu 20, 30 dazu. Mit dem Around-Feder zusammen. 80 spielt immer noch Stuxel. Baut es in Stuxel noch irgendwas. Ein Haus. Kam gerade von hinten. Ne, auf Siverny habe ich keine Lust. Siverny ist doof. Vorsorgt auch. Boah, warum habe ich denn jetzt wieder so wenig FPS? Wollen wir nur fasten, oder? Notfall gehen wir halt da hin. Wenn wir nicht ganz rüber kommen. Zumindest wenn wir nicht schnell ganz rüber kommen. So, die werden noch wohl in Steinbruch runterfallen. Hoffen wir einfach mal. Weil ich habe keinen Lust auf diesen frühen Kampf. Das ist halt immer das Ätzendste. Okay, der will weit. Der geht Richtung Lepowka weg. Der da oben. Oder geht der Richtung Military? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall liegt der eher weit. Komm, wir nehmen die Häuser da. In Notfall gehen wir halt dort in den Wald die Häuser noch ab. Richtung Mansion. Und dann hoch bis nach Jasnai ab. Je nachdem. Nach schlecht gelandet. Da sage ich ja, da geht tatsächlich einer runter nach Lepowka. Dann haben wir wieder den Early Fight. Das ist schon ein Achter. Ganz nett. Zwischen spiele ich sogar ganz gerne. Wobei in vielen Situationen das Achter schon ein Ball zu groß ist. Das ist ein Scope-Spieler. Das ist ein D anstatt. Da ging mir zu viel durch den Kopf, was ich schreiben wollen. Dankeschön. Okay, fangen wir wieder mit UMP an. War ja eben gerade auch nicht ganz weg. Ja. Fangen wir die Wangenauflage an. So, jetzt wäre natürlich noch mal... Ja, schön, oder? Ein Super Rifle wäre sogar noch besser. Dafür benutzen. Na ja. Je nachdem ist, dass es dann erstmal irgendwie verbaut und wir haben wieder Platz in der Tasche. Auch wenn es auf der HKM nicht so viel Sinn macht. Aber besser als gar nicht. Was haben wir denn für eine Zone? Okay, es wird hier unten die Ecke. Es wird eher ein Povka aus. Können wir durchaus nochmal in die Wälder gehen dort oben und gucken, ob wir da noch looten können. Ich glaube, der aus Lepovka wird wahrscheinlich da bleiben. Der wird in der Stadt in Ruhe. Und wenn wir da oben das Haus noch mitmachen. Das hat er eben auch ganz gut geklappt. Das heißt, wir gehen nochmal da in die Wälder rein. Ich fühle mich wieder unter-equippeded gerade. So, lass die sich im Steinbruch massakrieren. Gucken wir erst hier oben. Gelben, da unten habe ich keine Lust. Ich will erstmal hier oben und im Notfall gehen wir nochmal rüber zu den Menschen. Ich glaube, da ist auch keiner runtergegangen. Den Willen. Da dürften wir eigentlich auch alleine sein. Mein Mikro kackt ab. Warum das? Inwiefern kackt das ab? Rauschen, knarzen? Ansonsten. Mein Mikro wirklich abkackt. Kann auch meine Stimme sein, die gerade so ein bisschen schlapp macht. Aber ansonsten, eigentlich müsste das gehen. UBS sagt auf jeden Fall, ich habe auch noch Ausschlag. Ansonsten muss ich gleich mal gucken, dass ich hier ummodel. Ich habe nämlich noch eine andere Option. Zumindest, glaube ich, eher aktuell. Das war jetzt nicht die optimale Option dann. Ich könnte ein Doppel-AK spielen. Komm, wir spielen Doppel-AK. Nein, nicht Colt. Brech mitten im Satz ab. Okay. Der kann vielleicht sein, dass ich ein bisschen zu weit weg war. Oder ich habe tatsächlich einfach mitten im Satz abgebrochen. Das würde ich jetzt bei mir gar nicht mal so ausschließen. Dass ich einfach Gedanken gar nicht zu Ende gedacht habe. Wäre auch nicht das erste Mal. Ich meine, ich rede auch öfter mal so Sachen nur in Frage nach denen. Und wenn die Antwort kommt, habe ich schon wieder vergessen, was ich gefragt habe. Wäre jetzt nicht so unüblich ist tatsächlich. Ich hätte einfach die Waffen tauschen sollen anstatt. Egal. Jetzt haben wir die Waffe nochmal nachgeladen. Boah, das wird eine AKM-Runde. Ich sehe das schon kommen. Dual AKM. Komm, wir brauchen noch einen großen Rucksack. Wenn wir so viel AKM-Money haben, brauchen wir noch einen großen Rucksack. Könnte das ganz schnell echt blöde werden. So, Zweierwester ist schon mal schön. Okay. Also meine Frau sagt gerade aus dem Hintergrund, sie hört auch zu und dann geht das. Da sei ja das kein Problem. Komisch. Aber ja, selbst wenn das Mikro abkackt, theoretisch hatte ich ja ein neues. Was leider kaputt gegangen ist und morgen einen Monat zurückgeschickt wird. Und ich hoffe, dass es dann zügig in das Ersatzgerät kommt. Wenn ich wieder ein vernünftiges Mikro habe. Ja, du darfst das gerne aufsammeln, alles. Die vollgemoddete M4. Wie, hä, was, was, hä? Also wie gesagt, meine Frau hört auch gerade im Stream zu und da geht alles. Also sie hat keine Probleme. Sagt sie auf jeden Fall. Ansonsten mal den Stream neu laden. Vielleicht spinnt da irgendwas rum. Okay, sie sagt, sie hört dadurch, dass sie ja meine Originalsätze hört, da sei nichts abgebrochen. Einfach mal bei dir neu laden. Oder so. Kann natürlich auch sein, ja. Airdrop, 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 Airdrop. Komm, Drop. Okay. So viel Muni, aber egal. Ja, wie würde ich mal sagen, Drop Time. Könnte zwar blöd werden jetzt für uns, so früh sterben dadurch. Oder vorne ist schon einer der Rente auch hin. Okay, wo kommt der runter? Okay, jetzt kommen einige hier wahrscheinlich. Ja, das könnte jetzt ein bisschen risky gewesen sein, hier rüber zu gehen. Weiß nämlich nicht, wo der mit seinem Moped jetzt angehalten hat. Okay, jetzt schlitt das Motor hat. Okay, hier waren noch mehr. Ich habe als 1 Meter Schrotflinte. Wird ja nicht der gewesen sein. Und da haben noch mehr geschossen. Hier waren... Jetzt fehlt ein Wort, okay. Nee, eigentlich nicht, aber ich ändere das gleich. Gebt mir mal wenigstens den Moment jetzt hier. Gebt mir einfach mal den Moment jetzt hier. Wir holen uns schnell den Loot, was die hier alles jetzt liegen lassen haben. Weil den Gilly hätte ich nämlich auch gerne. Nein, ich wollte auch den Gilly haben. Okay, ich setze mal kurz den Mikrofonpegel hoch. Vielleicht ändert das schon was. So, jetzt sollte es deutlich lauter sein. Und wahrscheinlich, wenn ich Pech habe, sogar ein bisschen übersteuernd. Das kann jetzt gut sein, dass ich jetzt ein bisschen übersteuere. Ich drehe das mal hier runter. Vielleicht geht es jetzt ein bisschen besser. Okay, jetzt habe ich den hier komplett tot gedreht. Ich hoffe, das werde ich jetzt nicht zu sehr übersteuert. Das müsst ihr jetzt sagen. Notfall drehe ich den Windows-Pegel halt wieder tiefer. Ah, schade. Wir hätten da nicht runterstürmen sollen. Jetzt ist es übelst laut. Moment, okay. Pass auf, wir ändern das mal nochmal. Aufnahme-Dings. Komm mal auf die Seite. Pegel. Machen wir mal auf 95. So. Jetzt müsstest ihr mal gleich sagen, wie es ist. Ich könnte hier noch ein bisschen was ändern. Also, ne, hier kann ich nichts mehr ändern. Okay, da bin ich schon auf dem Optimum. Also, wie gesagt, jetzt müsstet ihr halt gleich sagen, wie sehr ich übersteuere. Ist halt gerade blöd gelaufen, dass mein Mikro hin ist. Okay. Försopaθisches. Also, wie ging ich eigentlich nicht лучше? Ja. Ja. Von Marcus. Ja. Vielen Dank.